ja hallo und herzlich willkommen meine freunde ich bin es wie immer ganz schön und wie unschwer erkennen könnt sind wir wieder hier beziehungsweise muss ich euch ganz ehrlich gestehen ich habe den greenscreen noch aufgebaut und das sieht immer so blöd aus mit grünem hintergrund also bin ich mal kurz nach dem angegangen nein quatsch ich hab jetzt einfach ein bild hier hinten reingeklatscht ist jetzt nicht unbedingt jetzt keine mühe gegeben damit das so realistisch wirkt wie möglich als ob ich in einem anderen raum sitze ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich mir so die die ganze dekorierung angucke und wie wir es gemacht haben ist schon ist schon check oder ich meine allein allein der fernseher hammer teil oder geiles ding leute das wetter scheint draußen auch super zu sein nein warum ich mit euch quatschen möchte es ist mal wieder zeit für einen community talk einfach weil ich das abwarten jetzt langsam da bin und ich jetzt auch mal tacheles wieder mit euch sprechen muss ja wie ihr merkt passiert bei escape from tarkov nicht allzu viel beziehungsweise die meisten infos kriegt man jetzt irgendwie durch dritte youtuber die darüber videos machen etc pp die denn die informationen von escape from tarkov also von den entwicklern direkt zugespeist bekommen und ich verfolge das jetzt schon eine ganze weile und warte und schreibe auch immer wieder hin wie es dann aussieht dass ich selber auch video material zeigen darf ja soll ich euch sagen meine liebe freunde ich kriege jetzt mal dieselbe antwort dass die zurzeit keine weiteren rechte irgendjemandem einräumen oder sonst irgendwas das ist keine ahnung da sitzt wahrscheinlich irgend so ein automatisierter daniel dahinter nichts gegen daniels aber ist ein automatisierter daniel dahinter oder klaus oder popel keine ahnung der mir einfach immer wieder dieselbe scheiße erzählt was soll ich sagen ich kann euch dazu nicht großartig mehr dann liefern das video ich bin keiner der jetzt das video material von anderen nach kommentiert dass ich jetzt sage ich schnapp mir jetzt die ingame sachen die er aufgezeichnet hat und sage euch mal richtig was da abgeht oder was man da finde ich scheiße bei erstens er hat es aufgenommen und so weiter ist sein material und das nachzukommentieren finde ich kacke ich hätte gern mein eigenes deswegen kommt da halt zu escape vom tag auf nichts und weil die informationen halt jetzt auch brückelich halt immer nur über die youtube videos dritter kommen kann ich da auch keine richtigen info videos machen also die schnüren mir richtig wahrscheinlich auch ungewollt den hals ab oder genau gewollt dass nur die dieser im endeffekt für marktwirtschaftlich als richtig erachten da irgendwelche infos zu geben können ist unter aller sau meiner meinung nach aber so läuft es im leben ja allgemein also ich muss dazu sagen ich habe jetzt selber auch wieder ein paar probleme im leben ist man denkt immer es kommt dann wieder mal eine glücksphase die kam ihr habt das ja selbst vielleicht verfolgt das ist eine zeit lang letztes jahr noch schlecht ging und dann ging es wieder auf jetzt ist wohl wieder der hammer gekommen so ungefähr und ja deswegen was soll ich dazu sagen also bei mir läuft privat auch nicht besser genauso wie was mit es kann vom tag auf angeht also eigentlich alles gerade irgendwo ein bisschen scheiße und wie das halt so ist im leben nicht wahr meine freunde aber damit will ich euch nicht belasten bloß damit ihr dann ein oder andere das ein oder andere mal einfach wisst so von wegen so auch heute ist er mad warum ist er mad könnte ich das dann dementsprechend denken ja meine freunde zu escape vom tag auf lasst mir natürlich in den kommentaren bitte was ihr dazu denkt wie gesagt ich weiß nicht ob jemand von euch da irgendwelche kontakte hat wäre cool falls wenn oder wie auch immer mir da mal was zu flüstern oder mal mit dem kontakt aufzunehmen dass ich da vielleicht videomaterial bringen da kann ja irgendwie sein dass zufällig da mal einer reinschaut und sagt hier oh quitsch da könnte ich doch mal kurz den tommy anschreiben der hat doch guten draht zu denen ja keine ahnung ich weiß es nicht meine freunde ja auf jeden fall eins muss ich dann also noch ein paar andere sachen natürlich ihr merkt selbst paragon spiele ich immer noch sehr gerne und weil man auch zwischendurch einfach mal zocken kann ich stream das auch regelmäßig und sehr oft weil es mir wirklich sehr viel für sehr viel sehr viel spaß macht und auch wenn ich oft enrage gehe aber was auch noch ist so walking dead telltale stories bin ich ja durch im endeffekt einen user also ich weiß es gar nicht ich muss nächstes mal frage ich ob ich deinen namen sagen darf der hat mir das spiel im endeffekt hervorgeschlagen bzw ich habe ja nach einem solospiel gesucht und das ist einfach total egal wie ihr das wahrscheinlich mitverfolgt wenn ihr das mitverfolgt ich mag die story line und so weiter die klicks gehen jetzt natürlich noch nicht in die höhe aber es ist mir nicht relativ egal aber das spiel macht so ungemeinen spaß und die die gucken mit gucken wollen und reinschauen wollen die sollen es machen es lohnt sich auf jeden fall meine freunde wirklich das ist also wenn ihr the walking dead da mal durchgeschaut habt und habt keine walking dead mehr zu gucken als serie schaut euch doch einfach die videos von the walking dead telltale stories an also wirklich abends zurücklehnen das zeugucken ich quatsch ja auch relativ wenig da wirklich also die story line das ist echt geil gemacht da kann man sich zurücksetzen armbot essen was ich eine tüte chips aufmachen oder was abends auf dem sofa das geht das geht echt also die story ist echt gut gemacht geile geiles interaktives movie feeling ja möchte ich mal so meinen solltet auf jeden fall mal reinschauen meine freunde natürlich kommen auch noch andere sachen wie gesagt ich warte hauptsächlich auf escape from tarkov ich mache so walking dead weiter paragon natürlich auch aussprechen muss ich mich jetzt zu the division und zwar muss ich euch ganz ehrlich sagen dass ich auf the division halt keine lust habe ganz ehrlich wirklich nicht ich habe jetzt ja nur nach den updates immer wieder angefangen the division zu zocken und auch der survival mode wie ich euch letztes mal schon gesagt habe hatte ich habe ich einfach keine lust mehr drauf und das hält immer noch an ich habe keinen bock auf the division weil es immer nur dieselbe leier ist das ist paragon ist auch immer nur dieselbe leier aber es ist immer irgendwie ein bisschen was anderes was einen wieder reizt bei the division reizt es mich nicht es reizt mich echt nicht das ist keine ahnung das haben sie die versuchen zwar alles super toll zu machen also das machen sie wahrscheinlich auch aber für mich bockt es nicht mehr also entweder haben sie da den schwung zu spät gekriegt oder ich bin jetzt einfach zuvor eingenommen meine freunde für die denen es noch spaß macht leute haut rein suchtet wirklich macht den kram vielleicht komme ich auch irgendwann wieder aber ich habe auf the division überhaupt keine lust bockt nicht mehr wie gesagt vielleicht habe ich damals auch einfach übertrieben und zu oft gespielt und habe dann die ich habe ja stunden ich habe keine ahnung durchgehend da dran gesessen wissen von daher ja meine freunde natürlich möchte ich zu allem was ihr so habt ein bisschen resümee haben natürlich auch mal wissen ob ihr vielleicht mehr community talks haben wollt wollt ihr keine ahnung sogar real life videos von mir haben dass ich einfach immer so zwischendurch quatsche wenn jetzt zum beispiel mal nichts kommt ob ich einfach mal in der küche abends beim kochen so hallo ich mache mir gerade eine mexikanische tuffischpfanne oh god so ein scheiß halt wenn ihr sowas sehen wollt sagt einfach bescheid ich habe mein handy eigentlich immer dabei ich kann auch mal aufnahme machen ich bin jetzt kein kein großverdiener youtuber ihr wisst ihr selber das heißt es wird eine videoaufnahme aber das handy hat eine gute qualität ich bin jetzt hier keiner mit einer spiegelreflex und der hier high quality aufnahmen in seinem studio macht das auf keinen fall ihr seht selbst immer alles improvisiert und vor allen dingen so naturbelassen wie es auch nur irgendwie geht so echt wie es auch nur irgendwie ich verstelle mich hier nicht für den ganzen kram oder sonst irgendwas ich bin so wie ich bin und dem dem gefällt dem gefällt und dem es nicht gefällt der kann wartet mal da die tür nehmen gut meine freunde wie gesagt haut mir meine kommentaren sagt mir einfach mal was euch so beschäftigt interessiert mich natürlich spielvorschläge immer her damit gerade auch zu aktuellen sachen oder sachen die kommen könnt ihr mir gern in die kommentare hauen ja haut mir raus worauf ich vielleicht mal mein auge konzentrieren sollte was für mich interessant sein könnte einfach mal reinhauen eine große frage habe ich allerdings noch an euch und zwar geht es um daisy ihr wisst ja selbst bin eigentlich ein ganz großer survival fan und auch in daisy suchter daisy standalone habe ich ja nun mittlerweile nicht abgeschrieben aber so belassen wie es ist und gesagt pass auf zu viel zeit die du investierst für zu wenig was mehr rauskommt die entwickeln und entwickeln das mag ja alles schön sein es passiert einfach zu wenig eure meinung dazu möchte ich wissen spielt jemand von euch noch aktiv daisy und kann mir dazu vielleicht ein paar informationen geben ob sich seit ich weiß gar nicht welchen patch ich zuletzt gespielt habe 0 6 0 0 6 1 0 6 0 habe ich glaube ich noch gespielt ansatzweise und 0 6 1 nicht mehr ob sich da großartig was getan hat dass man definitiv noch mal reinschauen muss was sich geändert hat also haut mir mal in die kommentare ob das ding wirklich noch mal blick wert ist und warum ich reinschauen sollte weil für mich ist es immer noch irgendwo dasselbe es hat sich nicht großartig was verändert und ich denke daisy wird immer noch bis es denn letztendlich fertig gestellt ist ein spiel über das man sich freut und zeitgleich auch ärgert leider gottes und was einfach so viel zeit raubt dass man sich überlegen muss setze ich mich heute lieber eine runde paragon für eine stunde wo ich definitiv action und spaß habe oder lute ich bei daisy und gehe nach einer stunde ins bett und habe eigentlich nichts erreicht so ist mein denkfeeling immer gewesen und weil ich natürlich auch videos für euch bringen will ist das immer so ein ding ungefähr bei sechs stunden daisy aufnahme habe ich eine halbe stunde schön moments zusammengekriegt die ich für euch als kleines daisy video zusammenpacken konnte was dann auch interessant war und von daher haut mir mal in die kommentare mich interessiert daisy natürlich nach wie vor ich habe es immer noch installiert auf dem pc einfach bloß um dementsprechend mal wieder rein zu holen aber gerade auch von meinen leuten hat natürlich keiner bock weil wir alle ein bisschen gefrustet sind ich habe glaube ich mit als längstes durchgehalten von daher einfach mal in die kommentare dazu und meine freunde ansonsten natürlich bei sorgen nöten anträgen ihr kennt das vielleicht für die bei der armee waren bei der armee der bundeswehr haut mir das in die kommentare ich quatsch gerne mit euch einfach mal rein damit und ich danke im nachhinein natürlich nochmal für die hohen abozahlen meine freunde das geht ja nicht an mir vorbei und ich lasse mir da natürlich was einfallen aber durch meine bescheuerte private lage zieht sich auch das special oder gewinnspiel was ich ja bei 1000 abos vorhatte immer noch hin der rattenschwanz zieht sich meine freunde aber sobald da besserung in sicht ist dann danke ich euch das auf jeden fall gut meine freunde ich spreng jetzt gerade schon wieder die minutenmarke hier ist ja zum kotzen sowas also meine freunde ich danke euch wie immer fürs einschalten freut mich auf eure kommentare und ansonsten sehen wir uns bald wieder hoff ich doch und wünsche euch bis dahin immer wieder was euer Ganscher das klingt so derbe ich sollte den spruch vielleicht mal ändern am ende oder? scheiße das klingt so derbe ich so derbe ich mich súper Dabei ja dém af ja sea ä ma